Mein Baggerschieb kniet Johanna auf einen Knie, das eine Bein ist aufgestellt. Ich greife beide Ärmel, lege mich auf die Seite und mein Fuß geht wie eine Baggerschaufel mit einem Haken unter das Bein. Mit dem anderen Fuß schiebe ich Johannas Knie nach hinten weg und drehe sie über die Seite. Gehe direkt in die Maut und schließe den Zug ab.